The Walking Dead, willkommen zurück. Wir sind immer noch in der Kanalisation. Musste irgendwie vor den Beisern flüchten. Jetzt gehen wir hier mal rein. Oh, hier ist ein Rad zum... Oh, mal sehen wo lang. Dann wohl in die andere. Oh, fett die Auswahl. Nur was passiert jetzt? Ah, angelockt. Machen wir es halt ab. Können wir es bestimmt woanders gebrauchen. Ist das hier lang? Ja, außenrum. War doch glaube ich am Anfang. Scheint ein bisschen härt, als ich das gespielt habe. War ja glaub noch was, wo wir so in gebrauchen könnten. Schön. Ja, wo war das? Wo war das? Hat man das schon? Ja, ist ganz selten hier eine Seuche. Okay. Hier, seht ihr? Und doof, das Ding. Klack. Läuft so komisch. Naja, weiter geht's. Schön, da war ja einer. Ah, ich hätte... Ich bin doof. Gott, bin ich doof. Dann nochmal. Hopp. Und hau ruck. Jetzt kommt der Beißer an. Also zwei. Einer links, einer rechts. Ah, da bist du. Und... Yes. An den hab ich halt nimmer gedacht, weil man den ja nicht gesehen hat. So, jetzt weiß ich es besser. Bin aber auch dumm. Und dann mach ich... Hm, schön. Dann mach ich das drauf und dreh es, ne? Ich bin ja von Intelligenz gezeugt. Hat das. Und auf das Ding. Ah, diesmal ohne die Ratte anzufassen? Ja, steh auf. Sinnlose zwei Minuten, aber naja. Was soll man machen? Dann machen wir das mal in die andere Richtung. Die gehen alle nur auf. Äh, zu. Eigentlich. Wird sauer. Oh, jetzt muss ich bestimmt wieder... Hier rein. Ja, lass dir noch mehr Zeit. Und hier oben. Oh Gott, wie viel sind denn das? Oh. Oh. Oh mein Gott, Chuck. Ach, Pflaster drauf und das geht wieder. Old Man mit Alter übersetzt ist natürlich auch geil. Okay. Der macht das weg voll und übersetzt wird es mit... Naja. Das machen wir leise. Und langsam. Da haben. What the hell? Ah, drücken, 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 drücken. Die bitch kommt. So. Ich kann noch keine Munition hier. Die brauche ich da bestimmt noch. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Geht ja gar nicht. Schade. Was ist denn hier? Kann ich... Oh, du kriegst so eine verkackte Leiter auf. Äh, hoch. Steckst du sonst alles in deine Tasche? Ja, was gibt's hier Schönes? Ah. Ich versuche erstmal unten. Vielleicht gibt's hier irgendwas. Da wird bestimmt nur... Oh, ich kann das nicht. Ja, versuchen wir es erst überhaupt nicht. Du Held. Ich werde schon wieder heißer, ey. Gibt's doch nicht. Ach, dahinter geht's weiter. Was ist denn da? Was ist denn da? Hm. Das ist die Frage, wie schlau das jetzt ist da rein zu gehen. Hm. Erstmal klauen. Oder auch nicht. Noch was, bevor wir irgendwas vergessen? Nope. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Ich habe ein Bruder in Macon. Du warst da? Wie war es? So schlecht wie hier? Ich bin sorry. Du kannst ihn nicht glauben, Vernon. Du kannst ihn nicht verlassen. Du kannst ihn nicht verlassen. Du kannst ihn nicht verlassen. Oder ich schieße. Er wird nicht treffen, aber er wird schießen. Vernon, was machst du? Schieße ihn! Niemand braucht, um zu getrunken. Geh es einfach. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Vernon, was zur Hölle machst du? Vernon! Die kann nur meckern, die Alte! Ja. Ja. Ich bin wirklich nicht. Na gut, wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind. alle Mitglieder von einem Kanzler-Survivors-Grupp, die hier im Krankenhaus befinden. Wir sind in Begründung. Aber das war nicht gut genug für Crawford. Sie haben uns bereits fünf von uns geschlossen, bevor die resten uns geschafft haben, um sie zu schnauzen und zu schnauzen. Dieses Bauch hat seit Jahren verabschiedet. Was ist das? Der Morgue? Ja. Die Ironie ist immer hoch auf meiner Liste, wenn ich einen Ort zu schnauzen bin. Wie hast du deinen Weg nach unten gefunden? Ein paar von uns wurde von Walkern auf der Straße verabschiedet. Wir kamen hier, versuchen, zu entfernen. Jetzt, ich will einfach raus, und zurück mit meinen eigenen Menschen. Das System des Bauches, die du durchführt hast, läuft all über die Stadt. Es wird dich an, wo du willst. Die Bauches sind wie ein verdammter Schmerzen. Kannst du mir helfen, um meinen Weg zurückzukommen? Schau, ich würde dir helfen, aber wir haben alle unsere eigenen Probleme. Zwei von unseren Gruppen sind sick und brauchen constantes Wettbewerb. Und ich bin der einzige Doktor hier. Insofern, warum müssen wir dir helfen? Schau, entschuldigung, wenn ich dich erschreckt habe. Ich will nur zurück nach meinen Leuten, zurück nach Clementine. Sie ist deine Frau? Nein, sie hat ihre realen Eltern verloren. Ich mache das, was ich kann. Was soll da schon schief gehen? Jetzt läuft es aber unrund. Ruggeli, ruggeli. Besser. Oh. 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 Ich habe es zurückgekommen. Wer ist das? Er hat dich nicht über mich erzählt? Entschuldigung, ich glaube. Ich bin derjenige, der auf ihn hat, als er mich zurückgekommen hat. Wer ist das Fossil? Wo ist Clementine? Wichtigste Frage. Entschuldigung. Ich habe sie und Kenny beide sicherlich zurückgekommen. Sie sind willkommen, übrigens. Ich denke, du hast etwas, das mir anbelangt. Ich bin der Fall genau ausgewickelt. Es hat mich nun interessiert. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Es ist Omeed. Er hat sich verletzt. Er hat viel verletzt. Wir haben einen Mann verletzt. Wer ist das? Das ist Vernon. Er ist ein Doktor. Oh, danke Gott. Kannst du ihn sehen? Du musst uns helfen. Bitte. Bitte. Ich werde sehen, was ich tun kann. Geh mich an ihn. Er ist geil übersetzt? Naja. Er fällt vielleicht auch nicht jedem auf. Omeed, Honey. Du wirst alles gut sein. Lee brachte einen Doktor. Alles klar. Schauen wir ihn an. Ich arbeite besser ohne einen Publikum. Ich bin sicher, dass du mehr Dinge von deinem eigenen zu betrachten hast. Bin ich mal gespannt. Clementine? Mal gucken. Die muss doch irgendwo sein, die Lehne. Clementine? Du bist hier? Wo ist sie? Clementine? Clementine? Ehrlich jetzt? Ehrlich jetzt? Wo ein Zeichner von Clem? Hmm. Clems Drawings? Aber wo ist sie? Clem, bist du da? Hier? Ich hab's gewusst. Und jetzt das Sofakissen hoch und gucken, ob sie da ist. Doch, ne? Oh, bist du doch schlauer als ich dachte, Lee? Ich sag, wir gucken erstmal hier hin, bevor wir runter rennen. Und die ist hier oben. Oh, kann ich jetzt jedes verfluchte Zimmer durchsuchen? So, das ist ein Bad. Ist aber ziemlich hübsch, das Bad. Nicht. Hallo? Was machst du? Oh, 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 was machst du? Wir haben schon versucht den Ort. Du wärst überraschst, was die Leute missen. Verrug mich, ich habe das schon lange gemacht. Wo ist Clementine? Keine Frage. Ich bin nicht ihre Begeber. Hey, ich sehe mich wie ich in der Lage bin, um sich herumzultert? Wo ist sie gekommen? Letztens sah ich, dass sie unten mit deinem roten Begeber Freund und dem College-Kid, der mit ihnen hängt. Warum gehst du sie dann weg? Clementine, bist du da oben? Scheiße, wo könnte sie sein? Ich sehe sie nicht draußen. Clem? Clementine? Wo bist du? Das Spiel will erstmal runter gehen, also machen wir das. Auf der Topf. Was ist der Krittis? Kenne? Oh, hey, du hast es zurückgebracht. Good job. Good job. What the hell do you think you're doing? What does it look like? What the hell do you think? Where did you get the bottle? Found it. First good thing that's happened since... Kenny, come on, give me that. Kenny, give me the damn bottle. Get the fuck away from me. Getting wasted is not gonna help anyone. Yeah? Well, what is? We are fucked. Molly said there's not a single boat left in Savannah. No way out. We got walkers all around us. That crazy fuck on the radio messing with us. Hell, if now ain't the time for a drink? Oh. Er hat Charakter gezeigt. Ich will Clem finden... Have either of you seen Clementine? Damn Defino. Gotta be around here somewhere. Ben, I gave you one job when I left here. Take care of Clementine. Then she shows up out on River Street looking for me. What the hell happened? Hey, don't put all that on me. Omid took a turn for the worse and Krista asked me to help. I'm sorry, I'm doing the best I can here. She was frantic and things got kinda crazy. I told Clementine to stay put. What else could I do? Don't be sorry. Just tell me where the hell she is now. I think she went out to play in the backyard. On her own? With no one watching her? Man, will you get off my back? She's fine out there. She'd better be yours, your ass. Da wird er stinkig. Clementine? Clementine! Oh. Da? There were doors covered with eyes. I don't think anyone could get into here. The door is covered with eyes. No, I believe anyone could get into there. Da auch nicht. Schlecht verscharrt. Voll toll wie es im Garten spielen ist. Versteckt sie sich im Busch? Nope. Aber ich sage, wir suchen in der nächsten Folge weiter und würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann. Wiedersehen.